Ich lerne Deutsch. Nummer 2290 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Möchtest du die rote Beete probieren, die hier vorne auf dem Teller liegt? Möchtest du die rote Beete probieren, die hier vorne auf dem Teller liegt? Bisher konnten wir den Fehler nicht finden. Wir müssen weitere Tests machen. Bisher konnten wir den Fehler nicht finden. Wir müssen weitere Tests machen. Ein letztes Spiel. Und dann ist es Zeit für dich ins Bett zu gehen. Ein letztes Spiel. Und dann ist es Zeit für dich ins Bett zu gehen. Wir sind gerne zusammen in der Natur und genießen die Freiheit. Wir sind gerne zusammen in der Natur und genießen die Freiheit. Wir müssen Energie effizienter nutzen, sonst können wir die Rechnungen nicht bezahlen. Hier schminke ich mich. Hier schminke ich mich. Ein Mann mit weißem Bart steht unter einem bunten Regenschirm. Ein Mann mit weißem Bart steht unter einem bunten Regenschirm. Ich bin mit diesem Flugzeugtyp eine Million Meilen geflogen. Ich bin mit diesem Flugzeugtyp eine Million Meilen geflogen. Ralf freut sich. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Die Entwicklung des Projekts geht weiter. Ralf freut sich. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Die Entwicklung des Projekts geht weiter. Es sind nur wenige Menschen am Meer. Es ist Frühsaison. Es sind nur wenige Menschen am Meer. Es ist Frühsaison. Es sind nur wenige Menschen am Meer. Es ist Frühsaison. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wann geht es endlich los? Warum müssen wir so lange im Auto warten? Wann geht es endlich los? Warum müssen wir so lange im Auto warten? Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus fünf verschiedenen Ländern. Ich bin Physikprofessor, meine Studenten kommen aus fünf verschiedenen Ländern. Ich habe hier ein lustiges Video und hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Alle Augen sind auf die Person im Mittelpunkt gerichtet. Alle Augen sind auf die Person im Mittelpunkt gerichtet. Die Überwachungskamera ist auf den richtigen Bereich eingestellt. Die Überwachungskamera ist auf den richtigen Bereich eingestellt. Die Überwachungskamera ist auf den richtigen Bereich eingestellt. Zwei junge Mädchen sitzen im Stadion. Die Zeit bis zum Beginn des Spiels vertreiben sie sich mit ihrem Handy. Im Callcenter sind wir sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für die Kunden erreichbar. Im Callcenter sind wir sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag für die Kunden erreichbar. Ein Mann bekommt in einem Schönheitssalon eine Gesichtsbehandlung. Hast du Abfallsäcke gekauft? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Hast du Abfallsäcke gekauft? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Das ist nicht der richtige Plan für dieses Bauwerk. Hier sieht es ganz anders aus. Das ist nicht der richtige Plan für dieses Bauwerk. Das ist nicht der richtige Plan für dieses Bauwerk. Hier sieht es ganz anders aus. Mutter und Tochter schauen sich gemeinsam Fotos in einem Fotoalbum an. Mutter und Tochter schauen sich gemeinsam Fotos in einem Fotoalbum an. Mutter und Tochter schauen sich gemeinsam Fotos in einem Fotoalbum an. Der Wasserfall ist sehr hoch und laut. Man hört das Rauschen von Weitem. Der Wasserfall ist sehr hoch und laut. Man hört das Rauschen von Weitem. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das war's. 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 Das war's.